Die Kleinstadt Groschnian erstreckt sich auf einem 228 Meter hohen Hügel über dem Mirna-Tal. Von den bekannten Urlaubsmetropolen am Meer wie die Stadt Rovinj oder Novigrad ist die Künstlerstadt Groschnian in unter einer Stunde bequem mit dem Auto zu erreichen. Das malerische Groschnian ist ein verborgenes Juwel der Region Istrien. In den verwinkelten, urigen Gassen verstecken sich unzählige Ateliers und kleinere Boutiquen, garniert mit Kunstwerken, die der Kleinstadt einen besonderen Charme verleihen. Während den Sommermonaten finden in Groschnian zahlreiche Musikevents wie zum Beispiel das internationale Jazz-Festival Jazz Is Back statt. Zu dieser Zeit ist ein Besuch der Stadt wohl am schönsten, denn beim Spaziergang durch die alten Gassen der Stadt wird man von den Klängen der Saiteninstrumente und von Klavierstücken begleitet. In Groschnian kann man zudem auch richtig gut essen gehen. Idyllische Restaurants verwöhnen Sie mit lokalen Delikatessen. Hausmannskost und typisch istrische Gerichte wie Ombolo und Trüffelspezialitäten erwarten Sie. Dazu darf natürlich ein Glas einheimischer Wein nicht fehlen. Bei einem Ausflug nach Groschnian können Sie noch viele weitere urige Bergdörfer wie Buje, Motovun oder Hum die kleinste Stadt der Welt besuchen und somit einen abwechslungsreichen Tag erleben. Ihr seid neugierig geworden und wollt mehr über die Region Istrien erfahren? Der Kroatien-Spezialist Kroati.de zeigt euch die schönsten und sehenswertesten Orte in Istrien. Untertitelung des ZDF für funk, 2017